E-Mail-Marketing-Strategien, E-Mail-Marketing, E-Mail-Serien, Texten. Ich glaube, du wirst mir nach diesem Video zustimmen, dass das, was du hier bekommen kannst, du in dieser Form mit Abstand, mit Abstand und wir packen noch ein paar Meter Abstand hinten dran, so nirgendwo bekommen kannst. Hallo, Mario Burgert ist mein Name. Es ist schön, dass du hier mitschaust. Ich möchte dir hier heute zwei Mitgliederbereiche zeigen. Das eine ist von Autoresponder Madness 3.0 mit einer minimalen kleinen Vorgeschichte dazu und meinen eigenen E-Mail-Marketing-Kurs Love Letter. Das ist dieser hier und ich werde dir zeigen, was du mit diesen beiden Kursen alles machen kannst und was du bekommst. Und damit fangen wir jetzt an. Ich durfte für Andre Scheprin und Fede Walicek den Video Salesetter zur Autoresponder Madness skripten und produzieren. Fede Walicek ist der deutsche Vertriebspartner an der Seite von Andre Scheprin und die haben letztes Jahr im November einen ersten Test für Autoresponder Madness in deutscher Übersetzung gestartet und danach haben sie mich angerufen und gesagt, Jung, Dau, musst du das jetzt texten? Mach mal ein Video Salesetter. Und ich glaube, ich bin vor Aufregung fast ohnmächtig geworden, weil Andre Scheprin einer meiner absolut großen Vorbilder ist und ich möchte dir etwas zeigen. Wenn du nicht weißt, wer Andre Scheprin ist, Andre Scheprin ist der von vielen wirklichen Superstars in den Himmel gehobene E-Mail-Texter und viele sagen, er sei der beste E-Mail-Texter der Welt und Autoresponder Madness sei der beste Kurs, den sie jemals zum Thema E-Mail-Marketing hatten. Und das hier ist Ryan Dice und das hier ist Perry Belcher. Beide gehören zu Digital Marketer, was dir auf jeden Fall ein Begriff sein sollte. Das ist so ziemlich die erfolgreichste und größte Plattform zum Thema Online-Marketing in der Art, wie wir es betreiben, die es gibt. Er ist ein unfassbar erfolgreicher Marketer und mit Traffic bis zum Abwinken monatlich 1,3 Millionen Leute auf der Seite. Also das ist wirklich Oberspitzenklasse. Und die beiden sagen, unbedingt, kauf dir diesen Kurs, unbedingt. Ja, das nochmal gerade zum Anfang. Aber vielleicht hast du das ja schon mal gehört, ist ja möglich. Dann möchte ich dir jetzt mal zeigen, warum die überhaupt sagen, dass das Ding hier wirklich gigantisch ist. Zuallererst bekommst du hier eine Begrüßung und Andre ist jemand, der sagt von sich selbst, ich mag keine Videos, ich bin kein Fan von Videos, ich schreibe alles. Folglich hast du hier ein bisschen was zu lesen und du bekommst hier ein Inhaltsverzeichnis über die Lektionen, hier oben natürlich auch nochmal. Und er nimmt dich hier mit einem kleinen Vorspiel an die Hand. Das ist das, was Andre wirklich kann, dass er dich mit einer Geschichte im Kurs direkt abholt, dir dadurch natürlich auch vermittelt, wie das Ganze funktioniert, dich durch eine Reise seiner eigenen Welt und der Beispiele, die er kennt, nimmt. Und auf diesem Wege bringt er dir bei, was du wissen musst, mit einer unglaublichen Portion Humor auf einem sehr hohen didaktischen Level, also auf einem sehr hohen Lernlevel, auf einem sehr hohen Level etwas mitzubekommen. Und du siehst also auch hier immer wieder deinen Fortschritt und du hast die Möglichkeit natürlich dann jedes Mal, wenn du eine Lektion für dich abgeschlossen hast, auf Weiter zu klicken. Innerhalb dieser Geschichte und dieser Idee, die dir Andre näher bringt, erklärt er natürlich sein System, erklärt klassisches E-Mail-Marketing, gutes E-Mail-Marketing und seine Variante, hat immer wieder ganz, ganz, ganz viele Beispiele, nennt wirkliche Größen, auf die er sich beruft und die er dir näher liegt, also jede Menge Ressourcen, auf die du zugreifen kannst, um ein richtig schönes, großes Gesamtbild zu bekommen. Und ja, hier sind wir schon bei dem Gesamtbild. Er bringt dir natürlich auch bei, dieses Gesamtbild in der Gänze zu begreifen. Du kannst dir das als Poster ausdrucken oder genau anzupfen. Das entscheidet natürlich alles du selbst. Ja, und das Ganze funktioniert linear. Du fängst also irgendwann bei Lektion 1 an und schlängelst dich durch und mithilfe dieser Bilder erklärt er dir, wie das Ganze funktioniert und wie er es aufgebaut hat. Dazu kriegst du Anleitungen, wie du Geschichten schreibst, aber natürlich auch, und das ist der Bonus von ihm, zum Thema Listenaufbau von ihm und FEDDL. Du bekommst hier gezeigt, wie Open Loops und Nested Loops aus dem NLP funktionieren. Gibt dir natürlich jede Menge Hinweise, in welchen Serien das vorkommt. Eigentlich in allen, die du so vielleicht kennst. Erklärt die Technik Open und Nested Loops in der Gänze. Zeigt also hier auch nochmal Fallbeispiele, wo das überhaupt herkommt. Von der Blumia Saiganik, einer russischen Psychologin. Er zeigt dir Storyboarding. Also das heißt, wie du dir, bevor du anfängst zu schreiben, deine Geschichte auslegst. Zeigt dir, wie die erste Episode getextet wird, wie die zweite Episode geschrieben wird. Gibt dir dazu jede Menge nützlicher Tipps, wie du diese Geschichten halt eben auch formatierst. Also wie du das schreibst. Und dann sagt er das nicht nur in einer Theorie, sondern er hat auch immer wieder schöne Beispiele, die er hier erwähnt. Schöne E-Mails, die er hier zeigt. Er gibt dir eine klare Anleitung, wie du dich entlanghangeln musst. Und selbstverständlich verweist er immer wieder auf seine Beispiele, die er hier auch drin hat. Ja, Bestätigungsfehlersequenz. Also hier hast du dann zum Beispiel eine E-Mail, die dir zeigt oder die denjenigen wiederholt, der sich noch nicht angemeldet hat. Zum Beispiel. Ich will das jetzt ein bisschen durchscrollen. Ich will natürlich nicht zu viel von den Inhalten preisgeben. Das wäre dem Andre Sheppron und dem Fede Valicek gegenüber nicht so fair. Aber du siehst, das ist voll gestopft mit Mega-Content. Und nicht umsonst sagen große Namen wie Rich Sheffron oder Ryan Dice oder Perry Belcher, dass dieses Teil hier so ziemlich das Beste ist, was du bekommen kannst. Und wenn du das bei mir kaufst, und ich sage dir natürlich auch, hol dir das, denn diese Kampagne, eine dieser Kampagnen, hat mich vor dem Exodus, meinem unternehmerischen Exodus bewahrt und alles nochmal glatt gebügelt. Also ich kann hier nur in den größten Tönen von diesem Kurs sprechen. Dann schenke ich dir noch Love Letter. Denn natürlich, Autoresponder Madness ist fortgeschritten. Und hier bei mir bekommst du weit vorher nochmal Informationen darüber. Wo schlummert dein Umsatzpotenzial? Wie funktioniert das Kaufinteresse im Web? Wie kannst du das triggern? Ja, und hier hast du dann auch viele Beispiele von mir. Vor allen Dingen bringe ich natürlich noch sehr viele Beispiele aus meinem Kundenkreis, also von Kunden, die mir erlaubt haben, dass ich das darf. Dann erfährst du hier die klassische Vermarktungskette, die Vermarktungs-E-Mail, wie das funktioniert. Eine ganze Menge Praxisbeispiele von meinen Kunden, wie wir das hier umgesetzt haben, aber auch wie ich das bei mir umgesetzt habe. Da fehlt ein Video, das muss noch rein. Verkaufsansätze bekommst du bei mir einen Haufen. Eine ganze Menge. Immer wieder mit Beispielen. Du kannst dich also immer wieder reinklicken, du kriegst immer wieder Fallbeispiele. Dann erkläre ich dir etwas über Frequenz und Reichweite. Dann zeige ich dir die Autoresponder-Techniken, zum Beispiel die PVCTA, wie das geschrieben wird. Den Triangel of Trust, den Frank Kern erfunden hat, mit Beispiel-E-Mails. Und du bekommst natürlich auch Downloads zu jede Menge Beispielen und Hinweisen, wo du noch weitergucken kannst, um noch mehr darüber zu lernen. Du erfährst bei mir, wie Storytelling überhaupt funktioniert. Der Einstieg. Wir schreiben eine Beispiel-Story, eine erste Beispiel-Story aus nur ein paar Wörtern, die schon eine Geschichte ergibt. Und auch ich zeige dir, wie Nested Loops funktioniert. Das ist jetzt in dem Falle für dich vielleicht eher weniger relevant, weil das Andrew Chapman sehr, sehr detailliert tut. Aber du erfährst natürlich bei mir auch, wie Analyse funktioniert, was ein Hard-Bounce, was ein Soft-Bounce ist, wieso du Umfragen in E-Mail-Marketing einsetzen solltest, wie du deine Performance steigern kannst, indem du lernst, es richtig auszulesen. Und so weiter und so fort. Wie E-Mails gesplitt-testet werden. Und du kriegst von mir auch noch einen Bonus. Und all das ist obendrauf, wenn du den Kurs Autoresponderment über mich kaufst, bekommst du Love Letter im Wert von 197 Euro von mir geschenkt. Das ist umfassend. Ja, natürlich. Das ist ein bisschen was zu tun. Aber schließlich wollen wir Unternehmer sein und wollen erfolgreich sein. Wollen mehr Geld als normal verdienen. Und wollen am Ende das Business für uns arbeiten zu lassen. Und das hier ist mit Abstand aus meiner persönlichen Sicht die beste Basis, die du dir schaffen kannst. Denn wenn etwas automatisch ablaufen kann, dann E-Mail-Marketing. Und wenn etwas sehr profitabel automatisch ablaufen kann, dann diese Art, wie Audrey Sheprin das hier dir beibringt. Deswegen klicke jetzt hier in diesem Video auf den Link, den du jetzt siehst, um Autoresponderment zu bestellen. Alles weitere läuft dann automatisch. Ich bekomme von Fedde immer die Liste derjenigen, die über mich gekauft haben. Und dann bekommst du von mir den Zugang zu Love Letter und den Zugang zum Kurs, zur Gruppe, bei Facebook. Dann können wir gemeinsam daran arbeiten, deine Kampagnen stark zu machen. Bis dahin. Bye, bye.